Musik Ich darf im Namen von Melchivalisierter alle recht herzlich begrüßen in den allerheiligsten Proberäumen. Wir haben drei Stunden Zeit, in diesen drei Stunden wird es ein Warm-up geben, das heißt ein bisschen aerobik, Tanzding, Viertelstunde, damit sich der Körper ein bisschen einstimt drauf. Dann gibt es eine Einteilung in vier Gruppen. Jeder dieser Ausnahmeschlagzeuge wird sich eine Stunde mitnehmen in die unterschiedlichen Räume. Das sind die Geschwindigkeit, dass wir sich alle im gleichen Groove befinden, nicht wahr? Super, ich habe die beste Gruppe. Es wird immer Pausen geben, das heißt wir machen so 20-minütige Blocks, dann machen wir wieder Pause, dann isst man was, dann ist der Kopf wieder frei, dann wechselt man auch die Räume und dann werden die Fässer komplett hier aufgestellt. Das heißt, da werden dann 44 Fässer stehen und dann wird der eigentliche Durchlauf quasi das Videorecording beginnen. Okay, erste Aufnahme startet gleich. Eins, zwei, drei, vier! Damit sind eins. Mal. Oh, komm. See ya. Das ist ein Mal. Das ist ein Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.